Alda, genau, Alda am besten. Statt aus! Kohle. Drei. Tuch. Tuch. Wie viel von den Obsidian hast du? Fünfzehn. Damit können wir ein Portal, einen Tisch, und was braucht man noch? Wieso Obsidian? Na, Obsidian bist du. Nee. Hauke? Hauke. Was? Hallo. Was bist du? Schrei mich noch einmal an. Keine bösen Werte. Nee, ich hab auch nur gesagt, schrei mich noch einmal an. Ja, und das hat mich dann... Scheiße. Ich hab dir nie, nie irgendwas getan. Hallo. Hä? Oh. So weit sind wir schon, Niklas? Mhm. Boah, sind wir geil, ey. Ja, wir sind so... Hammer. Hauke, was machst du denn? Ich mach mir einen Erzieher. Wir haben diese Schluck dir gezeigt. Ja, was denn? Ja, warum kommst du denn mit rein? Weißt du, wie groß die ist? Es ist so groß wie die jetzige hier schon. Ja, schön. Die jetzige finde ich übelst klein. Ja. Die hier ist genauso klein. Okay, ich weiß immer noch nicht genau, wo du bist. Hä? Du bist echt so eine Ratte. Bist von dem Wasserfall hier hochgeschwacht. Das heißt, ich hab mich einfach sehr gerecht gut gebaut. Ja, ich hab mich einfach sehr gerecht gut gebaut. Ja, kannst du auch den benutzen, wenn du meinst, das funktioniert. Ja, ich hab einfach die Skills. Und... Cobblestone. Alter, willst du mich? Oh shit, Alter. Alter, willst du mich? Oh, da ist wieder... Was denn? Was ist denn da? Siehst du ihn? Nee. Siehst du sie? Siehst du es? Da. Nein. Wo? Da. Ach da. Da. Ach da. Oh. Wie ist es hier hochgekommen? Ich glaub, die hat Beine. Ich glaub, ihr wisst nicht. Ich muss hier die Beine abhacken. Eine Sie? Das ist glaub ich so eine... Weiß ich nicht. Jan, hier ist doch irgendwie falsch. A-Tap oder so. Hier ist doch irgendwie falsch. Was ist falsch? Was ist falsch? Oh, willst du mich eigentlich... Zum Narren halten? Weil die haben verbessert. Weißt du... Ich hab vielleicht auch Gefühle, ja? Nein. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Okay, ich hab nichts mehr. Oh, ne stille. Nein! Oh man... Niklas! Da mach ich mal die alles ein hier. Niklas! Ja, ich bau die Treppe weiter. Was soll ich denn hier als einquillen? Bonjour mes amis! Hey, wir müssen uns bald mal im Portal bauen, damit wir Glowstone kacken können. Glowstone kacken? Magst du? Ob das so möglich ist? Das mach ich auch gerne mal in meiner Freizeit. Ja, da treffen wir uns ja auch manchmal dann zu. Ja, genau. Als Teamsport ist das ja jetzt auch möglich. Ja, da müsst ihr uns mal in der Schule anmelden, oder? Ja. Gibt's das eigentlich schon als AG? Ja, ja, ja. Also soll jetzt für nächstes Jahr eingeführt werden. Ah ja, ok. Ich war jetzt auch schon ganz gespannt. Tete, tete, tete! Hä? Hat einer was gegen dich gesagt? Ihr verarscht mich schon wieder! Ja. Derech! Da kann man gar nichts anderes zu sagen. Niklas, hast du noch genug Stufen? Nein. Stufen. Stufen. wie wäre es, wenn wir zusammenlegen, um noch Stufen zu machen? wie wäre es, wenn du mal ganz gepflegt den Meister hier machen lässt? oh, ich muss kackeln, ich kann mich nicht mehr zu lange aufnehmen oh, das sieht voll geil aus hier, dass es hier ein bisschen höher ist ja, das sieht schon wieder kannst du noch Spitzacken? äh, ja oh, das wird knapp warte mal, okay ja, ich fange es wieder auf, guck doch ein bisschen weiter ist in der Schlucht wo bist du denn? ja, weiß nicht, da wo du eben warst ja, und jetzt? ja, nach 2 hä? auf welcher geht es? naja, da müssen Stufen hin, ja ja hallo ach da ich schmeiße ihn nicht an, danke hier müssen Stufen hin oder was? da ist noch runter ah, ne dankeschön doch das sieht aber doof aus, weil hier da machen wir da auch wuff 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 ich hab nur 3 Stufen gillen, boryin ok fertig ah, ich hab noch eine wuff wie viele Steine hast du noch? ich hab noch 4 ich auch scheiße du gehst runter und brust oh man ey, ja ich geh den weg ah hier daisy kröpfe die liegt neben der Treppe hallo 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 ich bin's wieder, der Dida Dida, Dida Dida, Dida Hallo Leute, ich bin's wieder was ich hab noch mal 4 dazu gebaut ich hab noch mal 4 dazu gebaut opa äh ist es Dida, 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 Dida Dida, Dida, Dida die, das haste mal ich baue mich jetzt mit dem Kürbis hoch, das ist alles deiner Scheu die kannst du gleich abbauen. Ich komm hier wahrscheinlich eh nicht mehr rein. Ich hab hier nur noch Holz-Axe, ja? Oh fuck man, wir brauchen noch zwei, glaub ich. Quatsch. Doch. Woran baut ihr eigentlich grad die ganze Zeit? Ich hab gar nicht so gekriegt. Am Dach. Nicht dass wir brauchen nochmal zwei Stufen. Ja, was soll ich denn machen? Weiß nicht, vielleicht mit mir mal ganz gepflegt ein... Alter, bitte. Und mich pfeifen? Bitte. Leute, ich bin auch Creeper? Ne. Ja, jetzt guck mal hier ein Guckloch. Oder wir hauen hier Kürbisse rein. Ne, tun wir nicht. Wieso kann ich die da überhaupt nicht hinbauen? So, brauchen wir einen Untergrund. Ich werde jetzt auf dem Hof noch was ist. Ja, kannst du das mal zackig machen, wie ein Kleener? Ja, ich bin dabei. Ja, und was soll ich machen? Soll ich jetzt hier auf dem Dach campen oder was? Ja, oh, hier ist das in einem Treppenhaus. Was ist da? Oh, hier ist so die geilste Höhle. Oh, oder was? Die Nachfolge von Ohlala. Ja, also, oh. Oh. Oh, hier sind noch richtig viele Steine. In der Küche? Ne, und im Keller. Ja, so. Wofür? Ach, egal. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Ich habe auch ein Skelett. Äh, zwei, zwei Stufen. Wo bist du? Es ist die da, die da, die da, die da, die da. Genau. Hier, die genau. Ja, du bist doch hier gerade reingekommen. Ach ja. Ja, und nach da hinten geht es halt richtig weit. Oh, hier ist ein Schneemann auf dem Dach. Hm. Schneemann? Nikas, guck. Ich kann natürlich nicht. Ich will. Aber geht hier rum. Ja, komm mal. Hey Zombie, komm her. Komm her, süßer. Willst du mich verarschen, Alter? Ab nach oben. Nein. Oh, ist im Weg. Oder wie doch immer. Ist im Weg. Oh. Hey Nikas, guck mal durchs Loch. Ja. Er geht da ab und zu lang. Ja, mach mal hier auf, ich will hoch. Hast du gesehen? Nein. Guck mal. Das kommt hier auf. Siehst du ihn? Nein, du musst halt hier aufmachen. Er ist reingefallen. Hallo, guck doch. Hallo. Du hast gesagt, ein Schneemann. Oh, und ich hab nen Kürbis auf dem Kopf. Was ist denn? Oh. Ja, ein dummen Kopf. Nein, ein Kürbiskopf. Okay, wir müssen hier irgendwie hoch. Okay, ich schubs dich, ja. Drei, zwei, eins. Und go. Und hopp. Du musst, wenn ich oben bin. Go, go, go. Danke, ich war fast oben. Und... Warte, auf drei, okay? Hallo. Ich hab die ganze Zeit. Nein, auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. Das ist nicht weiter, du Vollid. Ich hab nichts. Komm, machen. Okay. Ja, voll so ein Jumpshot, wie Call of Duty.